Nee, nee, müssen wir Karten entfernen, dann kann ich die endlich mal loswerden. Richtig, ja, danke. Das ist halt 0 für 3 Schaden, das ist halt nicht viel, aber die finde ich halt ganz gut. Ah, ich glaube, ich bleibe dabei. Den hätte ich gerne. 15 Angrave. Du kostest ja aber 4 Flächenpunkte, das ist zu viel. Guck mal, was er noch hat. Noch mal 25 Leben, Multischlag. Der hat halt ja noch keinen Schaden. Nee, nee, nee. Nee. Ach so, Trampischan. Hmm. Trampischan könnte ganz geil sein. Jetzt wirklich, weil das, wie er dann noch relativ viel Leben hat und dann gegnerische Nicht-Boss-Anheiten erhalten. Multischlag. Oh, boah. Komm, was soll's. No risk, no fun, würde ich sagen. Ja, ja. I know. Das ist jetzt scheiße. Wie ist das nicht groß geworden? Ja, das sind Einheit 5 Schaden. Und dann machen wir hier nochmal. Krimos Kohles. Eine Energie für den besten Fall ist okay. 2 mal 5, das hier macht 10 Schaden. Okay. Ich kann das wieder halt hinsetzen. Ich muss mich nicht so viel weiter, wie ich es gerne hätte. So. Damage Absorb für ihn. Jetzt reicht ja, dass er überlebt. So, jetzt mussten wir das Vieh hier oben. Hm. Das sieht nicht aus. Jetzt hat er ja noch immer Platz, ne? Ihr seid scheiße. Nix, ne? Ah, der stirbt trotzdem. Ah, shit. Ist doch nicht gut. Ihr seid kacki. So. Was haben wir denn hier? Wir haben vier Angra, vier Leben. So, warte mal. Hm. Ich würde gerne einen Multihit dahinter setzen. Das hier mal Regen. Die fressen ja eh jetzt gleich einmal ordentlich durch. So, dann kann ich hier vier Damage und vier Leben hinpacken. Der kommt eh durch. Ich gucke beide durch. Oh, holy shit. Das wird wehtun. Und zwar richtig hart. Oh, scheiße. Oh, das ist der Bus. 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 Was ist der Bus? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk Schade Naja, um Rallye 2, was können wir dafür? Nimm einen Nugget Bergmann auf die Hand Schlinger hat Plus 5 Leben und Plus 5 Oh, okay Hat nur ein Leben dafür Nimm bei jeder ersten gegnerischen Einheit Den in jedem Zug stirbt Zwei inlagete Einheiten Krass Na ja Schaden steht angewendet 17 Stand aber noch eine random RANDOM-RANDOM-Reise Die Karte mag ich nicht Das ist cool Die Stahlpolite finde ich gut Titanenzahn Viergegegnerchlein Fünf Schaden So eine Wende Zehn Schaden Foss Schaden Das ist halt gut Vor allem, wenn die sich Alleine ausspielt am Ende Wenn sie abgelegt wird Ich habe die Das ist doch kein Wenn sie gut Dann geht es Das ist doch kein Wunsch Das ist doch kein Wunsch Geht Neue Ich habe die Ich zieh' über ne Karte. Bei jeder Dritten, die ich ausspiele. Nein. Da, wo ich nicht gewollt hätte, dass das funktionieren könnte. Ich glaub, gut funktionieren könnte. Hm. Hm. Okay. Mmh. Hm. Den wollte ich doch eigentlich hinstellen, danke. Vor dem Ende. Ah, Lull, warte. Ich bin dumm. Perfekt. Dann sollten wir die Karte mal richtig durchlesen. Dann geht das vielleicht auch etwas einfacher. Okay, dann ist die Kombi tatsächlich gar nicht schlecht. Ne, nicht noch einen Titanzan. Helix-Kristalle. Füge der Vordersegegen. 25 Schanze. Binde 1. Sauerwärm. Finde 2. Ich muss gar nicht mal verteilen. Ups. Ich hab gern Waffenhändler. Was krieg ich denn? Das ist kacke. Ah, ich hab halt nur Dinge ins... Ah, ich hätte immer gerne länger sein. Oh my god. Okay. Das ist ein bisschen loszun. Es ist ein bisschen loszun, es ist ein bisschen loszun. Und das ist ein bisschen loszun. mh So, da ist sie wieder, da kann ich ja mal schwindeln, die nichts machen. Das Ding ist halt, das hier muss sterben, sonst kommt es halt oben an, was problematisch ist. Vielleicht könnte ich das so machen. Ah gut, okay, da ist ja eh nur der eine noch. Okay, auch wenn ich das anders. Genau deswegen. Äh, 5 mal so viel, das sind wie viel? 3, dann sind es 15, das sind mehr Schaden. Beziehungsweise kann er dann zusätzlich, theoretisch, sogar die beiden noch spielen. Dann ist wieder das Ding. Ah, zauberend, finde ich kein Tanker. I forgot. I nearly forgot this. Right there. Ich nehme mal die Händler mit, glaube ich, so besser. Ich habe echt langsam mal eine, die man gebraucht könnte. Ich habe hier eine richtig teure Sache, die ich günstiger machen möchte. Nö, aber ich habe das. Ich habe eine Karte mit Verbrauch. Ich habe keine Karte mit Verbrauch, ne? Nein, ich habe mich jetzt gewundert. Na, das bekommen wir. Oh, ein Schlachtfeld. Überreste des Amagodon. Ja, Amagodon, genau. Amagodon. Okay, die kann man nur einmal spielen. Achso, die kann man alle nur einmal spielen. Ja, keine Ahnung. Ich nehme euch den Schädel mit. Gut, aber ich mache jetzt hier, glaube ich, erstmal einen Cut. Erstmal was falsch drücken, so. Ja, genau. Man sieht sich bei den Leuten auf YouTube bei der nächsten Monstertrain-Folge wieder. Oder irgendwas anderem. Mal gucken. Ich werde jetzt wahrscheinlich Monstertrain dann erstmal noch zählen. Das spielen die Dings. Das war ja wahrscheinlich mal auf Stream. Und dann müssen wir auch mal gucken. Und bis dahin erstmal haut rein.